Herzlich Willkommen zum Prospekte Angebote de Kanal. Vergessen Sie nicht das Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren. Lavazza Kaffee Ganze Bohnen 8,55 Euro Coca-Cola, Fanta, Mezzo Mix 69 Cent Rotkäppchen Sekt 2,39 Euro Barilla Pasta 1,59 Euro Melitta Kaffee 3,75 Euro 1 Liter Valensina 99 Cent Ramazzotti 9,39 Euro Kerrygold Original irische Butter 1,35 Euro Iglo Fisch, Backfischstäbchen 3,99 Euro Konditorei Kopenrad und Wiese Festtagstorte 6,75 Euro Saupike Thunfischfilets 3,99 Euro Persil Waschmittel 19,99 Euro Nippon Häppchen 1,29 Euro Al Lini Prosecco Treviso 3,19 Euro Barilla Pasta Soße 1,99 Euro Philadelphia 99 Cent Der Große Bauer Joghurt 49 Cent Danone Aktimel 2,77 Euro Frische Maisbulade 3,99 Euro 250 Gramm Lammlachse 5 Euro Puten Brustschnitzel 3,75 Euro Regenbogenforelle 4,95 Euro White Tiger Garnelen 9,99 Euro Kaviar vom amerikanischen Stör 9,99 Euro Pazifische Felsenaustern 7,99 Euro Wolfsbash 15,00 Euro Lachs in Blätterteig 7,49 Euro Ocean Sea Wildlachsfilet 7,99 Euro Feinfisch Trio 6,99 Euro Schottischer Räucherlachs 8,99 Euro Deluxe Tagliolini 1,99 Euro Kacke Letti Pasta 2,49 Euro Freschona Festtagsgemüse 1,99 Euro Chef Select Seidenknödel 1,49 Euro Cullinia Junge Hafermast Gans 7,99 Euro Frische Festtagspute 6,99 Euro Frische Junge Ente 5,79 Euro Australische Lammkeule 9,99 Euro Deluxe Salz Variationen 4,99 Euro Grappa Amarone Barrick 8,99 Euro The Tage Highland Single Grain Scotch Whisky 19,99 Euro Goldene Teeblumen Entdeckerbox 6,29 Euro Dessertbecher 3,99 Euro Macarons Party Edition 9,99 Euro Handgefertigte Schokolade 2,49 Euro Schichtdessert mit Mascarpone 1,59 Euro Blätterteig Häppchen 5,99 Euro Schweine Leberpastete 1,69 Euro Krustenschinkenbraten 1,69 Euro Antipasti Teller 7,99 Euro Französische Käseplatte 13,99 Euro Festtags Raclette 3,99 Euro Gefüllter Brie 2,49 Euro Tete de Moine Rosetten 3,99 Euro Amy Raclette Scheiben Classic 2,69 Euro Dulano Delikatesse Edelsalami 1,39 Euro Freschona Ananas Stücke 1,19 Euro Freschona Kidney Wohne 49 Cent Werder Schlemmer Soßen 1,29 Euro Dulano Leichter Kartenschinken 1,99 Euro K.O.C.H. Hinterschinken 1,35 Euro Barresa Oliven 79 Cent Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat und ihr uns auch in Zukunft unterstützt Um nichts zu verpassen, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr es mit einem Daumen nach oben markiert und mit euren Freunden teilt Auf diese Weise können wir noch mehr Menschen erreichen und unsere Community vergrößern Wir freuen uns auch immer über eure Kommentare und Feedback Lasst uns gerne wissen, was euch gefällt und was wir noch verbessern können Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020